Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bioshock 1. Verdammt, Kontrolle. Kontrolle. Okay, jetzt gehts wieder. So, jetzt können wir auch weiter gehen. Ignorieren. Hier runter. Und dann zur Tauchkugel. So, ich frage mich wie lange das Spiel noch geht. Da uns von Tenier selbst schon ein Zweikampf herausgefordert hat. Mal schauen. Ich glaube, wir müssen hier hin. Zumindest ist das jetzt die vorletzte Station, wo wir hin können mit den Tauchkugeln. Mal schauen. Okay, okay. Du bist in einem wirklichen Auftrag. Ich bin dabei. Aber ich habe das gesamte Ende der Stadt, mein Lieber. Ja, ich bin ja schon dabei. Geil. Der Trottel ist genau hinter mir. Ich habe seinen Anblick langsam satt. Ja, ich habe den Welsista schon gehört. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Du bist in der Zeit. Ja, ich bin dabei. Ich bin dabei. Das ist ein stopp. Ja, ich bin dabei. Überhaupt kein Zuhal! Suche einen Sichter nicht und analysiere seinen Körper. Ich würde vorschlagen, besucht ihr einen, der bereits tot ist. Ah, okay. Ah, wir haben schon mal irgendwann die Fähigkeit erhalten, sie automatisch zu hacken. Ähm, wieder ein paar Fotos. Ah, wir haben ja schon die Fähigkeit, die Fähigkeit. Hmmmm, das ist so. So. Ah, verdammt, ich steh mir doch nicht im Schuss rum. Die drei Panzerbrechen, den können wir auch noch benutzen. Ah, verdammt. Ich kann noch etwas fahren. Ich habe mich nicht auf! Ich habe mich nicht auf! Und die Little Sisters vertrauen dir nur, wenn du wie einer von diesen ekelhaften Drechern aussiehst, klickst und riechst. Okay, was hast du für langes? Wir sollen uns zum Big Daddy machen. Du musst erst zu einem Big Daddy werden, bevor du die Little Sisters rauslocken kannst. Ja, ich weiß, dass ich erst zum Big Daddy werden muss. Hier findest du den Stimmensverzerrer, mit dem du dich wie an Big Daddy anhörst. Grässliche Kreaturen. Kurz Trigger. Ja, blöcke ich mich nicht. Verdammt, das ist vielleicht so. Und mach mal das hoch. Ähm, hier rum. So. So, ich muss mal befeuern, damit wir ein bisschen enden können. So, und dann holen wir uns doch den Stürmverzerrer von hier irgendwo. Ah, sie sind jetzt gerade um die Luft geflogen. Okay, das könnte länger dauern. Tja, wenn du das sagst. Ich will doch nur aufs Elektronikplasmid wechseln. Kann doch nicht so schwer sein. Ja, scheinbar ja doch. Ich habe schon das Gefühl, dass wir den Weg hier öfter gehen müssen. So. So, und ich würde jetzt mal schauen, ob das mir... Und hier auch noch... Ne, warte, das hat mir ja schon folgt. Das haben wir neu. Ah, hier haben wir jetzt mal Kopfpanzer dran. Kann mir was anderes reinmachen. So, machen wir mal... Machen wir einen Ratchcock hier rein. Ah, wir laufen noch, Crade. Vollgeschwindigkeit, Schadensimmunität. Cool, Crade nehmen wir mal die Ampursplätze ab. So, rummier. So, rummier. Da hin, ähm... Hier runter. Und hier ist ein Verwandskasten. So. Sieht noch einmal nicht gut aus für uns. Wir haben noch etwas... So, ich glaube... Das ist ein Verwandskasten. Oh, das ist der Fall. Ich glaube, wir haben noch ein Verwandskasten. Und hier ist er, was ich wirklich nicht gut aus. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, wir haben noch ein Verwandskasten. Aber nicht gut aus. Oh, da waren wir mit den Geforce. Ich glaube, ich bin nicht gut aus. Nöööö, da will ich nicht bleiben, ne? Wie gesagt, wir werden erst öfters da hochlaufen müssen. So, jetzt schauen, was eigentlich das Ionische Gell macht. So, was soll man? Ähm, und da noch mal rein. Okay, wir kommen da nicht weiter. Warte um. Hab ich aber nicht gewusst. Ich dachte, man kann die einfach wegschlagen. Äh, können wir mal durch die Tür gehen. Achseln wir mal die Tür ab. Wird nicht durch die andere Seite laufen müssen. Nee, hacken will ich's nicht. Mensch, wenn ich dann auf ne Fähigkeit, die wir ganz am Anfang schon mal hatten. Okay, das läuft auf Zeit. Oder? Naja, das läuft auf Zeit. Nööööö. Will ich grad gar nicht wenn das auf Zeit läuft. Ähm, Testlabor. Okay, das sieht gut aus. Das hätten wir. Jetzt brauchst du noch zwei Dinge. Den Anzug und die Pheromone aus den anderen Labons. Worauf warst du? Brauchst du eine schriftliche Einladung? Das geht ja schon. Oh, verdammt. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall schon an wie ein Big Daddy. Ah, kann man auch als Abkürzung sehen. So, wir sind dann noch zu den anderen Laboren. Ich brauche einen Moment wieder was. Ein bisschen Heilung. So, ich habe hier das Geld gerade. Was ist los? Warum sind die Stiefel hier? Sie sollten bei Failsafe, Aum und Escob sein. Na egal, ich bin mit Sie. Nehmen Sie. Eine Schande, dass du gelaufen ist, Kleine. Wir beide hätten Joden. Inladen schmeißen können. Jetzt gibt's für dich nichts mehr. Du bist heute nicht. Okay, unsere Schritte hören sich auf jeden Fall schon sehr schwer an. Aber wir haben jetzt nur die Schuhe, nicht den ganzen Anzug. So, um. Das ist auf jeden Fall... ...haltrichtig. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ne, das gibt's jetzt auch nicht. Das fehlt ein Teil. Das sind auch nicht. Das ist doch nicht so schwer. Ja, das ist doch nicht so schwer. ich hoffe diesmal haben wir die richtigen teile nein wir haben sie nicht verdammt so noch untersuchen okay erstmal den automaten mitgenommen mit der explosion und ein gathering da karten so kurz schauen nehmen wir mal das elektrizitäts upgrade da gehen wir noch nicht lang naja ich sehe auch gerade dass die folge wieder vorbei ist lasst mir meine bewertung da ich würde mich darüber freuen und wir sehen uns im nächsten part von bioshock 1 tschau